Willkommen zusammen. Vor dem Betreten der Ausstellung müssen Sie eine Entscheidung treffen und sich selbst fragen, vertraue ich den anderen Menschen oder bin ich anders und habe kein Vertrauen zu anderen Menschen. Willkommen im Dschungel. Gleich werden Sie sich einem wilden Tier gegenüber sehen. Sie wissen alle, dass der Jagdinstinkt durch Schwäche ausgelöst wird. Wenn Sie Angst zeigen, spürt das Tier diese Angst. Wenn Sie versuchen zu fliehen, wird das Tier Sie zur Strecke bringen. Aber wenn Sie absolut still sitzen und keinen Muskel bewegen, wird das Tier Sie vielleicht nicht bemerken. Und Sie können sich in der Herde verstecken und sich in der Sicherheit wiegen, dass jemand anderes zur Beute werden wird. Und... Es ist okay, oder? Sie sollen sich beruhigen. Beruhigen Sie sich. Hey, wo willst du hin? Komm her! Entschuldige dich bei mir und meiner Familie. Du hast mich gegen den, ich mach Chaos mit dir. Hast du denn Sex mit irgendwem? Wie bitte? Hast du einfach Sex mit vielen Frauen? Ähm...